Philipp und Vanessa Stähler sind überwältigt. Ihr kleiner Sohn ist auf der Welt. Anfang des Jahres überraschen die Influencer ihre Community mit einer süßen Neuigkeit. Sie werden zum ersten Mal Eltern. Seitdem halten die beiden ihre Fans stets auf dem Laufenden. Doch die Schwangerschafts-Updates sind nun Geschichte. Philipp und seine Frau können vor wenigen Tagen ihren Sohnemann endlich in den Arm halten. Uns fehlen noch die richtigen Worte, um unsere Gefühle und unser Glück zu beschreiben. Seit dem 9.06.2023 fühlt sich unser Leben vollkommen an. Denn an diesem Tag ist unser Sohn geboren, schreibt das Paar im Netz. Ihr Glück will die kleine Familie erst einmal zu dritt in vollen Zügen genießen. Familie Stähler nimmt sich jetzt eine Auszeit und lernt sich in den nächsten Tagen erstmal so richtig kennen, erklären die beiden ihren Fans. Mit weiteren Updates zu ihrem Babyglück lassen Philipp und Vanessa ihre Follower aber sicher nicht lange warten. mit einem mit einem